so heute haben wir den ersten zehnten wir brechen jetzt wieder zu unserer neuen wanderung auf die unterkunft von letzter nacht essen war gut zwar waren einige umstände wie schuhe ausziehen vor dem haus und wanderstöcke durfte nicht mit aufs zimmer genommen werden aber rundherum war sonst alles in ordnung also heute laufen wir von lauzert nach neusack wir werden uns aber jetzt erst noch mal schnell hier in dem ort ein wenig umsehen und zu der burg kuhwandern Hier ein Rundblick um den Marktplatz von Laucea. Diese Stadt ist vor 1222 gegründet. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Die Festung von Laucea Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Auch hier gibt es Tauben auf dem Dach. Die Festung von Laucea Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Dem Schild nach wurde dieser Ort vor 1222 gegründet. Auch ein Altenheim gibt es hier. Wir befinden uns hier in der Festung von Laucea. Bis gleich kommt der Häusern Die Berufsbezeichnung von den alten Häusern. Das sind beliefös für die Bareaşen und die alten Häusern. Die枕алась als AnDA finden sich an euch. Das macht der Baujahr seinerzen anos. Der Blick von der Festung auf den Ort Lauzareh und nähere Umgebung. Eine alte Kanone. Sie fließen auf der Mauer. Sie sind hübsch anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017